Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Lea Simba, nein Spaß Dead by Daylight und die Lea Simba ist auch wieder mit dabei. Jetzt habe ich die Karte mitgenommen. Die Karte? Ja, hi Leute! Och Mann! Toll! Oh, die hat auch einen Schlüssel. Ja, aber dann weißt du wenigstens wo die Generatoren sind. Ist ja auch ein Vorteil. Ja. Werden wir endlich mal gescheite Mates und einen gescheiten Killer bekommen. Ja. Hallo allerseits, ich bin so froh, dass ihr alle unser Spiel spielt. Ich bin sehr stolz darauf an diesem Spiel zu arbeiten und es bedeutet mir wirklich viel, dass es euch allen gefällt. Große virtuelle Umarmung. Oh, danke. Aber bitte Abstand wegen Corona. Genau. Und macht eigentlich den Report-Mode rein, ja? Damit man Spieler reporten kann, die nicht anständig spielen, ja? Ist halt echt so. Ansonsten kannst du deine virtuelle Umarmung sonst wohin stecken. So, Ansage ist raus. Aber echt, ey. Der Grumenschacht. Ey, guck mal, wer hinter dir steht. Hallo! Ey, was ist denn das für ne Versammlung? Guck mal, ich hab ne Karte. Die gibt'sалы unter der Bindung. Was wollte ich... Ach, nöööö. Nein, ich will ihn nicht lesen. Ist das wieder kettensegen-Typ? Ah! Ich bin hier schon am Start. Ich bin hier schon am Start. Und da ein bisschen Killer. Warum bin ich das Mega-Opfer, Alter? Äh, moin! Nein, lass mich doch verlieben! Nein! Lass mich runter! Oh, ich krieg mich instinkt in den Keller, ey! Oh! Oh! Nice! Oh, ich komm, glaub, auch in den Keller! Oh, ich kriege dich! Oh, ich kriege dich! Oh, ich guck dich! Also ich hab kein Herz, glaube ich. Ich bin tot! Ich geh in den Schrank. Moin! Scheiße! Ich glaub, jetzt sind wir die Scheißmates. Ja. Gut. We don't talk about it. Ey, da kommt noch jemand in den Teller. Er kommt! Brennt! Brennt! Ja, ganz toll. Eine tolle Aussicht. Brennt! 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 Ey, was macht die andere? Brennt! 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 Es ist klein. Und zu schliess Brennt! Jetzt fülle ich dich nicht. Nein! Brennt! Wo ist der Insel noch stattfinden? Verstehen Sie in die Kommentare! Ich hoffe, an Sie kommen! Ach maaaannn! ... noch erwischt! Na, mein Name und Herr, was hängt nicht mal aus für die Flüsse bei? Wollen wir noch mal ganz abgeben? Ach! Der Netz hat es leider nicht geschafft. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fauli gefällt doch! Digga, Medikid ist größer als ich gefühlt! Hallo Bill! Was ist passiert? Oh nein, warte, warte! Den Sound kenne ich! Wir haben den Demogorgon! Ah! Ich lecke! Ah, er hat mich nicht gesehen! Weil du ein Opfer bist! Hast du gehört? Du bist ein Opfer! Oh, voll die Kino hier! Voll Kino! Demogorgon vs. Bill und Claudette! Demogorgon vs. Bill und Claudette! Demogorgon vs. Bill und Claudette! Oh, ihr seid genau bei mir! Hm! Oh! Das sind doch hier stranger things! Okay! Didi, Didi! Oh mein Gott! Oh, wow, 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 wow! Ich habe gerade so in den Einstellungen gesehen, es gibt einen Support-Patten, aber kein... Das ist schon hinterhaltig! Das ist schon hinterhaltig! Hinterhaltig! Okay, ich suche mir einen anderen Gen, Alter! Ich habe mir auch einen anderen gesucht! So, jetzt aber! Titten auf dem Tisch, jetzt wird gearbeitet! Mit den Titten natürlich! Und die Titten! Was ist denn der Schuss? Hä, warum habe ich schon wieder Herzschlag? Digga! Geht weg! Der eine ist Toxic! Ey Bill! Rauscht der Heilo! Von der Scheife! Hast du einen Killer mitgebracht? So! So Bill! Kein Ding! So, jetzt wird hier gearbeitet! Bill benutzt auch seine... Bill benutzt jetzt auch seine Titis, um nie zu arbeiten! Super Arbeit! Wuhu! 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 Jan! Okay! Mach ich ihn halt alleine! Einmal mal! Das ist keine Kugel! Das ist doch ein bisschen! Die, 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 die! Die, 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 die... Die, 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 die... Sehr schöne Gerunde irgendwie. Ich, ich regel das so schon, ich mach schon die Gents. Der Killer will nur, dass ihr nicht euch überarbeitet. Was war das? Ah, der hat sein Puppel-Lock da gelegt. So, nächster Gen fertig. Oh, ne Kiste. Aufmachen! So, ich hab meinen Gen jetzt zur Hälfte. Ist jetzt wieder am nächsten. Am dritten Gen sitze ich jetzt. Oh, das schreit über die ganze Map. Ja. Wala ist deine. Ja, warte, warte. Meiner ist für Hälfte. Ich habe gerade viel. Biddy boy. Biddy boy! Biddy boy! So, und wir zum nächsten Gym. Ich weiß gar nicht, wo der nächste ist. Einer ist mitten im Kornflame. Ah, da hinten wahrscheinlich der. Ja. Scheiße, fertig. Moin. Moin. Ich bin in der Kiste. Guck mal auf. Guck mal auf. Hey, da läuft er. Der jagt die Claudette. Irgendwie. Oha. Cool. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht cool aus. Du kannst in der Kiste mein Medi-Kit nehmen. Habe ich extra für dich da gelassen. Das extra, extra da, da, hier. Nicht? Ich habe schon Medi-Kit, alles gut. Das war besser. Das war handgemacht. Das war selbst gemacht. Ich habe ein verfluchtes Totem. Ah. Nein. Wahrscheinlich hat ja niemand in dem Tod dabei oder so. Ja, wusste ich. Was? Aber hey. Ich habe es zerstört. Nein. Nein. So, Rehnbogen ist offen. Im Keller auch noch. Leute? Ey Leute, mach doch keinen Scheiß. Keinen Scheiß machen Leute. Keinen Scheiß, oder? Wenn die beiden jetzt verkacken, gehe ich raus. Ist mir egal. Eigentlich will ich mich da nicht einmuschen. Ich werde jetzt weisskalt und gut einfach gehen. WAH! Ich verpiss mich. Wir haben auch die meiste Arbeit gemacht. Das lasse ich mir jetzt nicht kaputt machen. Genau. Ich gehe. Tschüss. Das ist mir so viel. Guck mal, was ich gefunden habe. Du hast deinen Kohlenkopf. Ja, guck mal. Kannst du den kurz aufheben? Sieht voll cool aus, ne? Der ist aus Gold. Oh mein Gott. Ich hoffe, du gibst ihn mir wieder. Der war eigentlich ja zwölber. Nein, gib ihn mir. Ja. Cool. Ich bin jetzt auch eiskalt. Ja. Wir machen jetzt auch mal Aschi, Leute. Einmal dürfen wir das auch machen. Ob die das noch schaffen werden, man weiß es nicht. Oh, das sieht schon cool aus. Muss man ja mal durchs nicht schliessen. Man sieht seinen Popo. Oh, das sieht schon cool aus, ne? Muss man ja mal durchs nicht schliessen. Man sieht seinen Popo. Okay. Gigi. Ah, das war ein Geburtstags-Sani-Kasten. Ui. Oh, cool. Cool. Ach ja. Okay, das war eigentlich eine ganz gute Abschlussrunde, ne? Ja. Und du willst aber ein bisschen bohren, letzte Sekunde. Och, eieieiei. Ja, aber schon. Das war eine richtig coole Abschlussrunde. Aber leider muss auch bei jeder guten Runde ein Ende gesetzt werden. Genau. Und deswegen, Leute. Hallo dann. Haut rein. Tschüss. Aber bitte nicht so dolle.